So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Wir haben im letzten Part eine Flasche, ein Lied und vier Skulpturas geholt. Dort um rechts ist schon wieder eine, aber die können wir noch nicht holen. Als erstes hoffe ich, dass wir hier ein bisschen Munition kriegen für unsere Schleuder. Ja, Gott sei Dank. Okay. Aber als erstes... Ne, oder? Ne, mach ich gerade. Hol ich die fünfte und letzte Skulpturla hier in Kakariko. Ne, auf dem Friedhof. Die auf dem Friedhof zählen nicht mit. Die auf dem Friedhof. Ne, die beiden. Mann. So. In die Fresse. So. Der Vollmond. Und wenn wir auch schon hier oben sind, können wir gleich uns ein Herzteil holen. Eigentlich ganz einfach. Ihr müsst ganz am Rand dieser Plattform nach links springen. Nach links springen. Ähm, so. Also nach links springen und dann springen, wenn ihr am Rand seid. Damit sowas passiert. Ihr landet auf dem Zaun. Und könnt ganz ruhig hier auf das Dach und mit dem Typen quatschen. Und er gibt uns ein Herzteil. Sonst kommt ihr hier nur als Erwachsener nach dem Wassertempel rein. So könnt ihr es halt eher machen. So, okay. Dann auf zum Friedhof. Erneut. So. Noch ein bisschen Geld sammeln oder was auch immer. So wie es aussieht. Ja, 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 oh, ey. Kein Gras-Schnüffel, Link. Okay, nur Geld. Aber Volles. Okay, als erstes können wir erstmal den hier verschieben. So. Dort kriegen wir nützliches Item, was wir sonst auf dem Hyrule-Markt für 80 Robine kriegen. Umsonst. Wohlgemerkt. Den Hylienschild. Yes. Na, auf jeden Fall. Als Kind werde ich den nicht benutzen. Da ich ihn einfach unhandlich finde. Notfalls auch ohne Schild rumlaufe. So, als nächstes zum größten Grab auf dem Friedhof. Wie wir sehen, hier ich will das wegen nicht spielen. So, okay, Entschuldigung, aber ich musste gerade Pause drücken, aus Versehen. Oh, oh. Waha! Boom! So. Wir gehen gleich in dieses Loch, wo es draufregnet und nicht rein. Ah, mein Herz hat rutscht. Entschuldigung. So. Okay, gerade schon mal treff ich, treff ich, treff ich. Natürlich nicht. Ups. Falte Taste. Oh, super. Hallo, 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 hallo. Komm. So. In den Arsch rein. Jetzt, jetzt kritisch. Komm. Komm, her, du Scheiße, Fleder, Maus. Hallo, hier bin ich. Ah. So. Nichts für mich. Super. Ah, jau. Mann. Oh, Herz. Gott sei Dank. Mann, ey. Ich hatte Fledermäuse. Hallo, 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 hallo. Ja, Gott sei Dank. So. Ja. So kommt man hier schneller hoch, also muss man aber nicht machen. So. Iiii, was ist das denn? Boah, ich kotze gleich. Auf jeden Fall ganz schnell. What the fuck? Fuck. Fuck, 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 fuck. Hops. Okay, das wäre es auch. War einfach. So. Checken. Blablabla, blablabla, blablabla. Von Sonne zu Mond, von Mond zu Sonne. Ah. Oh, eine geheime Inschrift. Sieht aus wie Noten. Äh. Oh. Stimmt sogar. Links, rechts, links, unten, oben. Oh, fuck. Rechts, unten, oben. Rechts, unten, oben. Unser drittes Lied. Von. Zehn. Da, 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 da. Yeah. Damit kann man nicht nur äh, die Tag zum Nacht, die Nacht zum Tag machen. Sondern auch, was ziemlich gut ist, diese Zombies einfach phrasen. Ne, nicht phrasen, sondern einfach einfrieren. Freeze. Ja. Und einfach ganz gechillt dran vorbei. Und dass sie ihn anschreien. Ne, ich bin früher von meinem Rasen. Oder so ähnlich. Hopp. So. Da jetzt Tag ist, können wir noch ein paar andere Sachen in Kakariko machen. Eine andere Sache. Und zwar unsere zweite Flasche holen. Vorher noch gerade mal nach. Ah, kacke. Naja. Aber was es ist, wo wir es herkriegen und von wem und wie das erfahren wir im nächsten Part. Aber vorher müssen wir doch noch etwas auf dem Friedhof erledigen. Bevor der Part zu Ende ist, spiele ich gerade nochmal Hunde der Zeit. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Tschau Leute.